so war der geht heute mit 6 und wir begleichen leute schuld mit paolo ist bestimmt hier du bist paolo oder ich bin expelle wenn papa found out i turned from his favorite daughter into a freak his words shit just trans in the military come by i was lucky talia caught me trying to steal her gear but instead of turning me in she gave me a deck libertad can help all of you here libertad when castillo won we left riots with clara and what did he get us clara runs off to play guerrilla talia gets thrown into maria marquez's bullshit academy and have to take a big fucking debt to get her out from who bembe black market smuggler once he's paid off talia and i are off this fucking rock let me take some debt paolo i don't do handouts okay why'd you leave the military punch my drill instructor in the throat i'm not a morning person second we have deals in the church papa so haben wir da irgendwo eine möglichkeit uns per schnellreise darunter zu begeben nein haben wir nicht gut dann starten wir uns mal irgendwie ein boot oder so kann ich die typen hier irgendwie mal mitnehmen ich stehe irgendwie ein bisschen ich kann die nicht mal am weg mitnehmen okay ich kann die nicht mal mitnehmen gut dann schauen wir mal wo wir ein boot einfach rüber fahren dann werden wir mit dem auto fahren so fahrzeug rufen was steht denn der hier also das so ich mach mal die musik aus weil sonst meckert hier Thema gehen wir so jetzt muss ich gerade gucken wo wir lang müssen geradeaus erstmal guapo kommt die hinterher dann so so ich habe es fast bereut ich wollte nur durchreißen schüsse 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 äh kontrollpunkt wo sind wir denn da hinten da hinten fickt euch doch so du bist tot ich weiß dass hier einer hinter sein müsste ich weiß dass hier einer hinter sein müsste hier gerne hier 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 Shit. So. So. Cool. Kommt noch mehr oder was? Ja, wo ist noch mehr? Ja. Ach, hier unten. So, kann ich den Punkt jetzt irgendwie mal... So, eigentlich war es jetzt anders geplant, aber... Kann ich nicht hier irgendwie den... Warte mal... Ja. Andate. Over there. Was ist das? ich weiß nicht wo ich ich wollte eigentlich in ruhe hier kann ich nicht ohne weitere zieht sie weiter Das war genau der Weg, den ich wollte. Manchmal muss das mit Fässern, manchmal muss das auch mit Mörser. Deswegen habe ich mich den Punkt gesucht. Und damit gehört dieser Kontrollpunkt dann auch mal uns. Und das kann immer mal passieren, wenn wir unterwegs sind. Der Kontrollpunkt Kap Santa Maria. So, was will ich eigentlich mal da rein? Und mal hier umgucken gerade. Das könnte ja noch ein bisschen was interessantes hier liegen. Hier haben wir noch irgendwas. Hier haben wir noch irgendwas. Gut. Perfetto. Und jetzt, ja, es war tatsächlich... Hey. Das ist so eine Info. Hast du für mich? Du hast Stress, Dani? Nuss. Nuss. Okay. Neue Geschichte aufgerollt. Dann setzen wir uns auf das Auto und fahren... ...wieder zurück. So, wie gesagt, es kann dir immer mal passieren, dass wir zwischendurch... ...Ärger bekommen an den Kontrollpunkten. Moinsen! Du bist ein Feind! Moinsen! Du bist ein Feind! das war gut jetzt wo der wollte mich eigentlich jetzt gerade die ganze zeit abfacken ich schlute mal gerade kurz hier die ecke alles mitnehmen was hier so nid und nage man das haben wir wer weiß wofür es am ende gut ist da ist noch was ist nur benzin okay da vorne ist noch irgendwas das ich gerade übersehen habe gut und genau das meine ich gerade wie gesagt habe ich zufällig jetzt mal kurz gesehen was hat man hier schon wieder nach dahinten feind war mein feind mitnehmen munition mitnehmen alles klar gut nein ich will eigentlich das werde ich sowieso bereuen spätestens dann wenn sie an mycotroi.com wir haben viele unterwegs hier habe ich mal gerade ein bisschen in ruhe sind wir im flughafen oder so ich muss ein bisschen mit zwischen über die karte aber klar dass wir hier feine unterwegs haben ich muss sagen ich muss mal weiter ich kann woher das war ich kann das war das war das war das war ich kann ich kann das war das war ich kann Oh, das war keine Absicht. BEMBE! Oh, das war's. Nach der Revoluzion hat er eine krispische Militär-Uniform. Nach drei Jahren später, zu seiner Überraschung, eine neue Revoluzion. Mit neuen Guerillas. Er hat ihn mit einem Bullen in der Skoll, in der gleiche krispische Militär-Uniform. Sind Sie bereit für Ihre Uniform, Arrojas? Es geht beide. Wie ist das? Du warst nur wie ein Priester. Was soll ich jetzt machen? Die töten oder was? Okay, Rojas. Ich brauche, dass du meine Schlüssel für meine Beziehungspartners holst. Wo sind sie? In der Hotel. Meine Assoziaten sind Dimitri und Vassili. Sie sind Russisch und sie sind zwanzig. Ich mache es einfach und schreibe eine Bilder. Sie sind sehr nett. Sie sagen, dass die Schlüssel die größte Form der Manipulation ist. Das ist ein einfaches Job, Rojas. Wir haben meine Schlüssel und Paolo wird dir bedanken. Ich will nicht Paolo's, danke. Ich will Paolo's Deck cleared. Wir alle tun, Rojas. Ich bin derzeit. Genau. Ich bekomme dir das Schlüssel. Aber dann sind Paolo's und Paolo. Entstanden? Ich liebe dich, Rojas. Tschüss. Das war aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020